Ah ja, okay. Das hab ich mir doch gedacht. Ups. So. Hm, hier kann ich auch noch was begutachten. Wo geht's da lang? Da waren wir schon. Na gut. Okay. Hab ich jetzt ein Loch in der Karte? Ich dachte schon. Oben rechts war ich noch nicht. Au. Äh. Toll. Toll. Die gab's viel zu selten, die Monster. Ich hab mir die öfter gewünscht. Womit man sich dann so ein bisschen hoch schießen kann. Na toll. Ich glaub, jetzt hab ich meine Hilfe weggemacht. Die einzige, die ich hätte brauchen können. Oder? Muss ich unten Speed holen? Oder was? Tatsache. Ach, das wieder. Spring. Toll. Okay. Also ungefähr hier. Ungefähr hier. Näh. Ungefähr hier. Schieß. Oh. Okay. Das hat mir ganz schön Energie gekostet auch zu Oh, springen. Hier komm ich nur zurück. Da war ich auf der anderen Seite schon. Das war die Stelle, die ich noch vergessen. Was ist denn das denn das da noch? Äh. Muss ich da auch noch mal hin? Toll. Komm ich denn da? Komm ich hier wenigstens hoch? Wow. Ja, komm ich. Hab ich denn da gerade hochgekommen? Ah. So bin ich da gerade hochgekommen. Okay. So, wo ist denn der einzelne Gang? Runter und dann rechts. Mal gucken. Ähm. Böh. Okay. Ups, hier muss ich aufpassen. Äh. Äh. So. Ja. Upsa. Jetzt. Sprecher. Ah, ich wusste es. Was ist das? Missils. In Hülle und Fülle. Das ist doch schön. Habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, oh. Und Supermissils. Auch hübsch. Gut. So, dann fehlt uns nur noch dieser komische Energietank. Dann ist hier soweit alles abgeschlossen. Sag ich mal so einfach. Und, äh, müssen wir da hinten noch was machen. Ne, da brauchen wir auch den Basejump. Das war nur zum Anlauf. Da muss ich nochmal hin. Na gut, dann muss ich erstmal wieder hoch. Gehen wir wieder zurück. Ähm, springen. Mal so aus. Nein. Nein. Toll. Weiter geht's. Ähm, ich mach mal wieder ein Dauerfeuer rein. Ähm. Hallo? Ne, das ging so. Ne. Ähm. Guck ich da jetzt etwa wieder nicht hoch? Ja, ich komm da hoch, aber nur von anderen Seite. Okay. Lalalala. Genau. Schon mal gewünscht. Ein Stein. So. Mal speichern. Ähm, nach oben, ne? Ja, und zwar ganz nach oben. Dann ganz nach links und dann unten so irgendwie da durch. Mal gucken. Kriegen wir hin? Vielleicht da. Da wir jetzt in die Lava hüpfen können, hat sich eigentlich schon fast nach Laufheit zurück, aber nee. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Prinz da. Und nehmen dort eine der Eingänge nach Maridia. Warum nach Prinz da? Weil... Es mindestens zwei Orte gibt, an denen ich diesen... Diese... Rüstung brauchen kann. Einmal ganz rechts auf der Karte, wo Kreid war. Da waren lauter Stacheln. Das war die Folge hinter das Ecken von Prinz da oder so, hatte ich die genannt. Und da kamen wir gar nicht durch. Da brauchten wir einen Sprungball und diese Suit. Ähm... Jo... Jo... Ist es wieder dunkler geworden? Wo bin ich überhaupt? Da... Du... 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 ... Okay. Aber erst einmal werde ich noch einmal nach diesem komischen Löcherli suchen. Okay. Funktioniert. Na gut. Maridia ist nicht einfach. Ne. Komme ich hier gar nicht durch? Ah, verdammt. Muss ich wirklich den großen Weg nehmen? Voll. Ich dachte, da komme ich durch. Ach, so. Na gut, dann eben links rum. Halt. Ne. Jetzt habe ich ja das Monster dieser Ebene besiegt. Es gab hier irgendwo noch eine graue Tür. Ich gucke mal gerade, wie weit ich davon entfernt bin. Okay. Ein Stückchen schon. Dann gehe ich erstmal nach rechts wieder. Ganz links auf der Karte war nämlich eine graue Tür. Wo man noch durchkommt. Ich erinnere mich. Also, man kommt nur für gewöhnlich entweder durch, wenn alle Gegner in dem... in dem Bereich getötet worden sind oder in der Region getötet worden sind. Also, der Boss, der Region getötet worden ist. So. Mein Lieblingssprung. Oh, Freunde. Bin ich froh, wenn ich den Base-Jump habe. Dann brauche ich nicht immer so springen. Na gut. Haben wir es gleich geschafft. Hoffentlich. Die Tür ist noch blau. Genau, das war einmal hier. Ich erinnere mich. Ja, ja. Bin gleich da. Moment. Nee. Hier. Da bin ich letztes Mal nicht durchgegangen. Ich habe ein Fleckchen der Karte ausgemalt. Das kann ich jetzt noch als Ausrede sagen. Ja, dann gehen wir nach Prinzta, würde ich sagen, oder? Okay. Es wird hier ein ganzes Stück laufen. Na pass auf, dann machen wir das in Krateria erstmal, damit wir schon mal da sind. Ah, hier komme ich denn nicht hoch. Dann doch nicht. Dann gehen wir doch nach Prinzta. Naja, ist ein bisschen durcheinander. Aber das Besuch der Mito ja liegt ja auch so üblich, dass man halt immer in die Gegenden drei, vier, fünfmal reinlaufen muss, ehe man dann alles hat. Und ich will ja auch nicht nur 20% haben, sondern schon 80. Äh. Bin ich immer gespannt. Ich bin echt gespannt, wie viel das nachher wird. Ne. Komm ich hier auch direkt nach Prinzta, äh Maridia oder wie? Könnte ich eigentlich auch, ne? Hm. Ich wollte eigentlich nach Prinz da. Oder ich behalte mir das übrig. Ne, ich geh nach Prinz da. Pass auf, das machen wir schnell. Das geht ja ja ans Wix. Pass auf. Da gibt es noch mindestens zwei oder drei Stellen, die ich noch untersuchen möchte. Und außerdem habe ich gehört, die Musik von Prinz oder von Maria soll eh nicht so dolle sein. Deswegen gehen wir nochmal zu meiner Lieblingsmusik. Prinz da. Wie viel Prozent habt ihr eigentlich vom Spiel geschafft? Das würde mich doch mal interessieren. Vielleicht kann ich das als Ansporn nehmen. Und ich garantiert nicht so viel finde, weil ich das ja zum ersten Mal spiele. Aber kann ich ja Ziele vornehmen. Hier geh ich nochmal nach rechts. Ich hatte von dieser einen Wand gesprochen, von dieser einen Tür. Die untersuchen wir nochmal. Wenn wir schon mal da sind. Sonst renn ich nachher wieder hierher. Wack, 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 wack. So. Na gut. Da oben. Aber ist noch kral. Und da oben war ein Loch. Ist denn hier irgendwo anders noch was? Oder wie? War ja eine Falltür. Na toll. Nee. Gespeichert habe ich auch gerade. Also, nee. Kann ich auch jetzt runterfallen. Hier weitergehen. Na gut. Dann kriegen wir das erst mit dem Basejump. Guck mal, geht doch ganz fix. Ja, ich lasse die einfach mal aus. Das da oben war auch speedy, glaube ich. Wie man da rankommt, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich mit der Screw Attack. Oh, speichern. Könnte ich eigentlich mal wieder machen, ne? So. Tschüss. So. Zurück in Brünster. Da ist noch ein blauer Bereich. Der war nass. Der war ziemlich nass. Da muss ich aber im Prinzip nicht hin. Wo ich aber im Prinzip hin wollte, war. Jetzt muss ich ja erstmal selber wieder sehen, wo das überhaupt war. Und dann gab es dann auch einen Bereich, wo man schräg hochspringen konnte. Den muss ich auch nochmal angucken. Ähm. Aber was ich eigentlich meinte, war hier ganz rechts. Ja, da. Da. Genau. Da sowieso. Hm. Aber eigentlich. Verdammt, wo war denn das jetzt? Pff. Wo man so viel hochspringen muss. Ähm. Das kann eigentlich nur hier irgendwo sein. Ähm. Das eine blaue Fleckchen, das hat euch nur eine Falle. Na, ich versuche gerade mal das Level zu rekonstruieren. In meinen Gedanken. Hier gehen wir erstmal hoch. Das kann schon mal nicht verkehrt sein. Dann gehen wir hier wieder runter. Au. Hier? Nee. So. Boah. Bin ich nahe eben durchgekommen. Das sieht auch gut aus. Weißt du, ich komme an alle Monster vorbei. Aber bleib mit dem blöden Ding anhängen. Hier war das. Das hatte ich letztes Mal auch übersehen. Da ist nicht ein Loch. Da muss ich mal erstmal hinkommen. Ah, ich wusste es. Au. Na, spechern wir lieber. Hm. Doch noch sowas Schönes. Boah. Ach. Doch, man ist auf siebzehn. Nee, sieben. Okay. Geht's denn hier lang? Oh. Was ist das? Komm ich hier irgendwo lang? Oder wie? Ich glaube, mein Drücker ist bald alle. Der braucht noch einen. Damit er rennen kann. Aber wie soll ich denn... ...da hinkommen? Das ist ja jetzt merkwürdig. Vielleicht schmeckt ihm ja eine Superbombe. Kann ich auch laden. Naja, gut, den einen muss ich aufmachen. Das ist interessant hier. Okay, einer ist frei. Dann komme ich von hier gar nicht so da ran. Das ist ein bisschen schade. Aldi, weil ich jetzt ja auch nicht weiß, wie ich da... Also, da muss noch ein anderer Weg rankommen. Ich werde es mal von unten versuchen. Da muss ich eh nochmal diagonal springen. Das wurde mir nochmal schön erklärt letztes Mal. Dankeschön. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren. Achso. Turbo. Der Drücker ist bald leer. Spätestens, wenn der Drücker leer ist, ist meine Aufnahmepause. So speichere ich lieber nochmal. Dabei habe ich das Kabel drin. Na gut. So, und hier muss ich mal gucken. Okay, jetzt habe ich hier was zum Laufen. Ne, so nicht. Ah, dann muss ich hier hoch springen. Boah, wie fies. Das ist aber echt fies. Oh, wieso? Ich muss hier oben stehen und dann diagonal da hoch springen. Was ist das denn? Da renne ich ja lieber mit dem Kopf durch die Wand. Vielleicht ist das das Geheimnis zum Vögelchen. Ich spiele das einfach ein paar Mal. What? Das hat funktioniert, ne? Also das war natürlich Absicht, ist klar. Also das war gekonnt und, ähm, ja. Was zum, was überlegt sich denn dieser Entwickler? Verdammt doch mal. Boah, geil. Bis zum nächsten Mal. Sonst hat man sagen, nein.